Freunde! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben eine neue Challenge, die hat Kedo vorbereitet. Wir haben Schätzfragen, Freunde. Diese Schätzfragen werden uns hinter der Kamera von unserem Moderator gestellt und dann müssen wir die beantworten. Der, der am weitesten weg ist, muss eine Jalapeño essen. Ich würde sagen, let's go! Hallo, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Entschuldigung! Wie viele Elefanten gibt es in Afrika? Afrika. Ja, das interessiert keinen. Okay, 3, 2, 1, zeigen. 20 Millionen. 300.000. 10 Milliarden. Mehr Elefanten als Menschen auf der Welt. Warte, was? Nein, hier steht Millionen. Die Antwort ist 400.000 und damit ist Yusuf am nächsten. Boom! Flex! Ich habe auch übertrieben, Digga. Ja. Ich habe richtig übertrieben, Alter. Der hat am meisten verloren. Äh, Dings. Nächste Frage. Zweite Frage. In welchem Land ist die Durchschnittsgröße eines Mannes am höchsten? Also ich brauche ein Land von euch. Ja, aber das ist ja keine Schätzfrage. Hä? Wenn der an dem Land dran ist oder was? Ah, du hast eine Rangliste. Ja, ich habe zwei Länder im Kopf. Wow. Das ist ja für keine Ahnung. Ich bin lust im Dings. Ich gebe euch einen Tipp. Osthema ist es nicht. Frankreich. Wie gesagt, Griechenland. Junge. Griechenland nie mal. Ja, keine Ahnung. Hast du Russland? Ja. Griechenland. Oh mein Gott. Das ist einer der kleinsten. Griechenland. Durchschnittsgröße von 1,79 Meter. 1,79? Das ist wenig. Frankreich 1,78 Meter. Was? Zack. Und Russland 1,76 Meter. Ja, wenig. Wenig. Auf Nummer 1 ist Niederlande mit 1,84 Meter. Ah, Niederlande. Niederlande. Wo ist Indien? Wo ist Indien? Indien ist 1,66 Meter. Ja, sagst du. Jetzt die erste Frage über euch. Wie alt war Burak, als er seinen Arm gebrochen hat? Ich weiß es selbst nicht. Habt ihr. Zähl runter von 5. Ich mach spontan. Zeig. 3, 2, 1, zeigen. Ich hab acht. Neun. Neun. Elf. Einer von euch hat genau die richtige Zahl. Elf, gern. 2010. Neun. Wir hatten hier mal eine Schaukel im Hof. Und ja, ich war mit dem Kido am Schaukeln. Bin dann hochgeklettert auf die Schaukel oben drauf. Und auf einmal, ich fall runter mit meinem Arm. Auf den Stein. Pfff. Kaputt. Digga, der hat geschrien. Der hat geschrien. Der hat geschrien und der Kido hat mich einfach ausgelacht. Okay, nächst Frage. Wie viele Einkehrungen hat ein Golfball? Wie viele was? Einkehrungen. Was ist das? Ah, diese Punkte. Ja, genau. Zeig mal ein Bild von einem Golfball. Nein, zeig nicht. Zeig nicht. Zeig nicht. Zeig nicht. Zeig nicht. Zeig nicht. Umdrehen. Hä? 1070,21. Hä? Wieso hast du 1000? Wieso machst du 1000? Nee. Was hast du 1,21? Du? Du, ne Warte. Was laber ich? Es sind 336. Wow. Ich bin am meisten weg. Yes. Ihh, Digga. 300 einfach. Wow. Wow. Nix. 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 Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf getrunken? Jährlich. Darf ich wissen, wie viel ich eine Flasche habe? Seine Bier, der trinkt in der Woche. Darf ich einen Rechnerkot? Nein. Weiß ich nicht. Wie? Du weißt nicht. Du bist Moderator. Sag einfach nein. Nein, darfst du nicht. Ehrlich nicht? Nein. Okay, darf ich mit meinem Kopf rechnen? Dankeschön. Ja, passt. Ich hab meine Antwort. Ich hab Punktlandung. Umdrehen. 65. 2.500. 55. 55. 55. Ja, das ist übertrieben. Was hast du gemacht? Was hab ich gemacht? Oh mein Gott. Ich hab gemacht, dass ich jeden Tag trinke. In Deutschland werden pro Kopf jährlich 100 Liter Bier getrunken. 100? Ja. Das schmeckt mega. 52 heißt 2 pro Woche. Okay, nächste Frage. Wie viele YouTube Videos sind gerade auf eurem Kanal? Digga, weißt du das? Warte mal. Lass doch mal über den kurz. Ich hab... 3... Warte mal. Nein, die rechnen grad, Digga. Die wissen doch, wann wir angefangen haben. 44. 52. 50. Oh, eine von euch hab Punktlandung gemacht. Ja, ich. Du weißt es doch. Mit 50. Was darfst du? Ohhhh. Nein. Schmeckt's? Lecker. 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 Nicht so lecker. Wie viele Tasten hat dein Klavier? Wie viele Tasten hat dein Klavier? Mit diesen schwarzen... Mit den schwarzen. Ich hab irgendwas aufgeschrieben, Digga. Meine Lieblings- Zwei, eins, los. Wart doch mal, ey. Ihr seid so... Ich hab wieder verloren. Was sagst du? Wie, was sagst du? Wir sind 88. Okay, nächst Frage. Wie viele Entenarten gibt es auf der Welt? Entenarten? Diese Frage hatten wir schon mal. Ja. Ja, lass trotzdem... Weißt du die Antwort? Nein, ich weiß nicht. Okay, dann lass trotzdem mal antworten. Es gibt bestimmt so viele, von denen man keine Ahnung hat. Ich hab ne Ahnung. 3... 2... Warte. Digga, es gibt bestimmt nicht so viele, oder? 100... 351... 100... Wie viel hast du, Digga? Wieso habt ihr so viel? Ich hab 18. Es sind 150. Ey! Wie wartest du? Wie wusste das? Es gibt noch eine, die keiner kennt. Sehr ehrlich. Du bist ne Ente. Ja, ich bin ne Ente. Ich bin die 151. Art. Ente, 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 Ente. Schmeckt? Schmeckt? Scharf, gell? Kackst du ab? Brauchst du Milch? Brauchst du Milch? Brauchst du Milch? Milch! Wir brauchen Milch! Wie viele Aufrufe auf YouTube hat das Lied Billie Jean von Michael Jackson? Boah, hei! Bitchy! Nur so 10 Minuten kam vor irgendwie anderes. Ey, ich schweiß grad nicht. Umdreh. 1,8 Milliarden. 15 Milliarden. Okay, okay, ey. Zeig, zeig. Ich dachte sogar 20. 45 Milliarden. 45 Milliarden. Wie viel hat? 1 Milliarde. 1 Milliarde. Ich wollte sogar sagen 800 Millionen. Baby Shark hat 10 Milliarden. Mehr Aufrufe als Menschen auf der Welt. Wollen wir auch mal einen Kanadet machen? Kackst du ab wieder? Nein, Junge. Rotmilch! Krasseres Video. Wie viele Views auf YouTube hat das Pizza Video von euch? Aufrufe sind Views, gell? Ich auch. Ich auch. 3, 2, 1. Bam! Ich hab 72.100. Ich hab 74.56. 76.574. Yusuf ist am Weizen weg. Ja, das stimmt. 76. Es sind 74.580. Oh mein Gott! Wie viele Sprachen werden auf der Welt gesprochen? Digga, gib mal so Antwortmöglichkeiten. A, 1, B, 2, 4, 3, B, 4. Deutsch, Englisch, Französisch. Spanisch. 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 Unglisch. 2. Aber das sind ja kein Dialekte, das sind verschiedene Sprachen. Ich hab mich schon ein bisschen blamiert, gern in dem Video. Schon schlecht. Weißt du warum Karma? Du hast zu mir gesagt, du bist schon scheiße. Schreibt mir so viele Planeten auf, die ihr kennt von unserem Sohn. Nein, 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 scheiß drauf, lass was anderes machen. Ich schwöre, ich kann grad nicht schreiben. Guck mal, mein Handy hängt, mein Handy hängt. Kennt ihr überhaupt noch den Satz? Mein Vater erklärt mir was. Was ist vor, aber? Ey, jetzt hab ich den Zug gegeben, Junge. Warum? Drei, zwei, eins und umdrehen. Ich hab, ähm, Afrika. Was? Was hast du gesagt? Kontinente? Nein, raus. Mir waren diese Dings, Jalapeno. Mars, Jupiter, Saturn, Merkur. Sag doch, dass du die hier meinst. Ich hab Kontinente verstanden. Planeten, Jusuf. Ich hab Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Pluto. Pluto, Pluto halb und Sonne und Mond. Das sind auch kein Planeten. Ja, Jusuf. Ja, Jusuf. Okay, wann, ich will ein Datum, kam euer erstes Youtube Video. Ich hab's. Warte, ich hab's nicht. Drei, zwei, eins. Korrekt, korrekt, korrekt. Zehnter Erste 2021. Ich hab's. Zehnter Erste. Zehnter Erste. Hä? Bist du im Los? Sechstundzwanzigste, Zweifel, 21. Ich hab's. Zehnter Erste. Am nächsten Dram ist Bude. Ja. Zwar am 21.01.2021. 21.01. Ey, wieso weißt du das nicht? Wieso weißt du's? Wieso kommst du auf Oktober? Wie kommst du auf letztes Jahr? Entweder Januar oder November, ich war mir nicht sicher. Ich wollte Januar schreiben. Aber dann Oktober. Warum nicht? Weil du weißt, ne? Was sagst du? Hä? Okay, nächste Frage. Okay. Im Durchschnitt, wie lange halten ihn? Hatten wir auch mal. Die Dinger, die halten doch paar Jahre, oder? Drei. Ich hab wieder richtig reingeschrieben. Drei. 41. Boah, Dinger, ich hab richtig reingeschrieben. Vielleicht, aber 20 hat sich. 15 Jahre. 15? Ja, es gibt voll viele, die nach einem Jahr sagen, es hat nicht funktioniert. Was? Die Love-Zeit geht drüber von Yusuf zu Burak wieder. Opa, Oma sind nicht mal 70 Jahre. 30 Mal. 70 schon sehr selten, Bro. Last question. Der Verlierer muss den Rest des Dings... Alles austrinken. Alles austrinken. Nein, warum nicht? Nein, du musst nur einen Schluck trinken. Wann wurde der Kanal Emre X Yuzi gegründet? Hä? War vor dem ersten Video, sag ich euch so. Digga, das Ding ist jetzt... Das war früher mein YouTube Account, glaube ich. Und den hab ich schon lange. Ah, boah, 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 ich hab reingeschissen. Drei, zwei, eins, umdrehen. 10.10.2020. 2.12.2020. 20.12.2020. 20.12.2020. 20.12.2020. Aber im Geburtstag, yo! Was lauerst du? Die Antwort ist 20.12.2020. Hä, warum weißt du das? Ich hab mich das letztes Mal gesehen. Hä, aber im Geburtstag? Wow! Trink, gut, trink, gut. Trink, 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 trink. Mehr, 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 mehr. Trink, Tomodos, gar nicht getrunken. Hä, 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 hä. Freunde, das war's mit dem Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Sehr lost die zwei, sehr, sehr lost. Wenn dieses Video euch gefallen hat, dann lasst, like dieses Video. Wenn ihr findet, dass die zwei sehr lost waren in dem Video, kommentiert unten. Ja, Freunde. Folgt uns, folgt uns gerne auf Insta. Folgt mir auf Insta. Ja, hier sind die eingeblendet. Die sind auch unten in der Videobeschreibung. Ja, lest die Beschreibung, da steht was drinne. Du schreibst da was rein, okay? Peace. Peace. Bye, bye. Hi, ciao. Hey, warum hab ich den Kanal an dein Geburtstag gestellt? Ja, weil ich King bin.